Oh, die beiden gehen hart, die beiden gehen ganz dumm hart, auf jeden Fall auf dem Song. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer brandneuen Reaction auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns eine Wahnsinns-Combo an, und zwar Ansu und Mong haben einen Song zusammen gedreht, der nennt sich Lasslos, produziert von Kado. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, wir reden gar nicht groß drum rum. Eine Frage habe ich aber noch an euch, und zwar, welcher Ansu-Song hat euch so richtig zu einem Fan gemacht? Weil ich habe das Gefühl, Ansu hat eine sehr, sehr strong Community, deswegen schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ansu-Monk, lass los, let's go! S-U-M-O-N-K Ja! Ja! Ich glaube, Monk hat selten einen Part, der wirklich schlecht ist, ja? Aber er hat oft einen Part, wo es wirklich hart nach vorne geht. Und das ging jetzt schon mal haben. Ami! Also, ich habe sehr gut angefangen! S-U-M-O-N-K Noch ein bisschen tanze, leh ich mehr Checks als ein Banker. Noch kein Beifahrer, sitz am Le... Okay, ich glaube, das ist so ein Song. Monk und Ansu haben gesagt, okay, komm, Bruder, lass den Song zusammen machen. Dann hat man so... Der eine hört den einen Part von dem anderen, der andere hört den anderen Part von dem anderen. Und dann denkt sich, okay, ich muss noch härter gehen, ich muss noch härter gehen, so. Geil. Das heißt, doppelte Gewinn, immer mit dem Kopf, voll bitte Sache, brauch kein Ritalin. Muss mich nicht mal ein bisschen anstrengen, um eine Chaya anzuziehen. Ja! Ey, liebt ihr das auch so, wenn Rapper auf dem Song... Also, wenn zwei Rapper auf einem Song sind und sie immer so hin und her gehen, ich feier's unnormal. Ich find das viel besser als ein Part, Hook, andere Part. Ich find dieses Zusammenspiel, dieses sich den Ball hin und her spielen, das ist wie Sport so ein bisschen, wisst ihr? Geil einfach. Ey, ja, du wurdest finessed, immer ausgeglichen, Niggas, ich mich nie gestresste. Niggas, wir sind next, das sind jetzt alle gecheckt. Auch erst auf meinem... Ey, zwei Blunts, ein Kopf, Platte, Hasch. Ich bin in der Tage, war doch immer noch nicht abgefuckt. Ja! Ja! Das gefällt mir. Das ist so richtig schöne Energie. Also, richtig... Ja! Ich muss auch sagen, ein Video ist sehr, sehr geil. Es macht einfach Spaß, sich das Video anzugucken. So wie so ein Style, den wir gewählt haben, so ein bisschen Vintage, irgendwie Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Wie findet ihr das Video? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich kann Karate machen. A, N, S, U, M, O, N, K. Kato geht den Beat und ich bin viel zu fake. Ja, fuck, stopp, lass los, Flasche Luft und Essen. Ja! Oh, die beiden gehen hart. Die beiden gehen ganz dumm hart. Auf jeden Fall auf dem Song. Schmeckt... Ich bedanke mich von Herzen, ja, 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 geschenkt, ja. Ey, schau was, Ante. Krankes Video. Ey. Ey, ey, ey. Ganz, 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 ganz dummer Song. Wie fandet ihr das Ganze? Wie fandet ihr das Video? Wie fandet ihr Morgens Part? Wie fandet ihr Ansuels Part? Welchen Part fandet ihr besser? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sagt mir alles, was ihr denkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da auf dem Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Bah! Ciao! Ey, so ein krasses Video. So ein krasser Song auch. Damn, bro!